und damit ein ganz herzliches willkommen zu einer weiteren folge von sim city 4d lexia was können wir denn machen was haben wir denn hier ihr möchtet immer noch wohngebiet und industrie haben ich glaube ihr habt noch nicht genug deshalb werden wir vielleicht noch mal ein bisschen was wir erhöhen winzig ist was so bütze wenn wir das auf 25 machen ist auch okay wenn wir ein bisschen mehr steuern eingenommen oder wir nehmen ja ein bisschen mehr steuern ein so wie gesagt warum konnte ich eigentlich dem letzten noch mal ein spielthof bauen einfach so was haben wir hier brauchen wir noch das epidemien forschungszentrum hat aber auch kosten ach so halt das haben wir schon ach ja stimmt das ist das hier hinten dann an den schulen fehlt noch eine die privatschule hammer großes kunstmuseum bürger mit mittlerem bis hohem einkommen bürger bei bürgermeisterbewertung und anzahl guter öffentlicher museen zentralbücherei was macht die bildung okay warum ist die hier unten so hoch aber weil wir hier hinten nur grundschule haben bildet viele sim teams aus junge erwachsene ich würde fast schon sagen dass wir die irgendwo hier reinsetzen und dafür wahrscheinlich und dafür wahrscheinlich diese grundschul anzahl der schüler anzahl der schüler ist hier ja furchtbar das heißt ob wir vielleicht nicht hier ob ich nicht vielleicht hier eine große draus mach und die hier hinten mal abreise und wenn ich dich noch ein bisschen größer mach dann kriegst du auch stücke von den von den leuten dort hinten genau genau und wenn ich dich hier auch hoch setz dich können wir ein bisschen runder setzen das ist kein problem das ist eine städtische hochschule dann haben wir hier eine weiterführende und dann können wir hier auch noch ein bisschen runder setzen so was haben wir hier privatschule da kann ich gar nichts einstellen und bei der könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen zurückdrehen und dann müsste eigentlich die bildung mal demnächst hochgehen also ihr habt wieder nachfrage ich sehe es schon okay ihr habt nachfrage nach allem das ist absolut kein problem wo erweitern wir jetzt sieht es natürlich hier total beschissen aus scheiße ich würde mal sagen dass wir in diese richtung erweitern also da machen wir was wollten ihr dann kriegt ihr einmal das dann kriegt ihr einmal das da und natürlich das schwache da muss man deutlich erweitern sonst liegt hier hinten alles trocken das wäre nicht so gut hier habe ich auch vergessen oh scheiße vielleicht ist das vielleicht ist das diese meldung mit diesem wasserbudget ich weiß es nicht okay die pendelzeit ist sehr hoch okay Einnahmengelder sind wieder gestiegen Anforderungen Verkehrsaufkommen oh jee okay was ist mit U-Bahn warum ist die auf null die ist klar U-Bahn nutzt überhaupt kein mein warum nicht wieso nicht null Fahrgeld mich verarschen was verkehrs was ja ich kann euch ja nicht noch mehr geben hallo oh irgendwo gab es das doch glaube ich auch pendelverkehr ne hier die stadt finanziert einen shuttle service für pendler und fördert so den einsatz von öffentlichen verkehrsmedien ja das hier wollen wir was ist das die stadt ruft ein programm zur verringerung der smog emissionen von autos ins leben äh okay verordnung zur luftreinhaltung was ist das die bürger werden auf dem gebiet der herz-lungen-reanimation geschult okay ne brauchen wir eigentlich nicht also wie das wasserschutzprogramm brauchen wir nicht ich kann da einfach ich kann da einfach mehr kläranlagen bauen genau da wollte ich mal gucken wie es da aussieht mit der wasserverschmutzung steigt wieder das heißt eigentlich sollte man da dann mal noch eins hin bauen ist nur die frage wo so seid ihr zufrieden ne die sehen ziemlich runter die kommen aus verschmutzungsgrad hoch wohlstand niedrig wohlstand niedrig ihr habt gar keinen wohlstand aber ihr wollt ihr möchtet ihr nicht hier rein dann ja siehst du ihr möchtet ja hier rein dann dann sag du nicht dass ihr hier rein möchtet und äh naja okay wie groß wäre das dann das würde genau hier rein passen das würde genau hier rein passen ihr habt jetzt wieder nachfrage nach allem das ist ja unglaublich habt ihr das schon wieder alles bebaut kann ja nicht sein macht ihr dort oben eigentlich luftverschmutzung geht so na dann bitteschön baut 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 das sind immer noch ich wollte gerade sagen weil manchmal siehst du ja so leute die mit einem schildchen rumlaufen Ich kann mir die Zonen so bescheuert legen. Was hab ich mir denn dabei gedacht, ey? Das ist ja unglaublich. Ja, wir haben mal nichts Rotes. Das ist ja unglaublich. Und was müsste Bürgermeisterbewertung so niedrig? Oh, was macht Energie? Oh, das sind wir ver... Okay, okay, okay. Da müssen wir uns jetzt mal was einfallen lassen. Wie bekomme ich denn das hier? Reiche Wunden? Okay, das krieg ich erst ganz viel später. Kann ich hier sehen? Bevölkerung... Bildungsquoiziente... Bildungsquoizient... Bildung nach Alter. Die Alten sind sehr gut. Oh, die Pendelzeit geht wieder nach unten. wszystkich. Ich möchte gern die Bevölker... Kann ich das nicht angucken? Kann ich das hier angucken? Zonen. Das Dunkle ist das ganz... Okay, das hab ich kaum. Starke Umweltverschmutzung. Okay. Monatliche Kosten 600 Simoleons. 40.000 kostet der Bau. Gefahr der Kernschmelze. Das hört sich nicht so gut an. Billig zu bauen, sehr sauber. Ich werde diese Tür mehr machen und produzieren mir... Krass, ich krieg keine Energie sonst drüber, oder wie? Was will ich das... Scheiße. Okay, 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 okay. Ganz ruhig bleiben. Ich krieg keine Energie rüber sonst, weil da die Autobahn im Weg ist. Ist ja krass. Hier geht's. Wieso geht's hier? Wegen den Parks! Ahhhh. Okay. Mäßige Umweltverschmutzung. 400. 600. Aber du produzierst viel, viel mehr. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich nochmal ein Ölheizkraftwerk bauen. ... ... ... ... ja so wird es aussehen und das schrauben wir dann aber erst mal runter auf 200 wasser verschmutzung maximale kapazität genutzte kapazität hört sich doch gut an zum müssen klippen wechseln drei genutzte kapazität drei prozent globale finanzierung 103 ja siehst du mal ich gebe geld aus aber ihr nutzt nicht hier habt ihr jetzt gebiet ihr braucht schon wieder wohnen es ist schon wieder alles wir sind verarschen schon alles wieder verbaut ok große grünflächen sind alles so zu groß ihr macht mal das da rein so ihr möchtet schwaches gewerbegebiet und schon wieder wohnen es ist unglaublich echt ja dann viel spaß was ist das eigentlich du hast gerade nichts ja das sieht doch gut aus was ist das baustil baue alle stile auf einmal baustile alle jahre ändern drei jahre ja das hört sich gut an landwert geht nach unten gibt den durchschnittlichen landwert in deiner stadt an wenn du parks schulen krankenhäuser und andere einrichtungen in den wohngebieten etablierst kannst du den landwert erhöhen sicherheit geht hoch verkehr geht auch hoch das sieht doch nicht schlecht aus so und dann könnt ihr mal ja schon fast zu sagen dass wir hier überall grünfläche rein bauen so und dann geht der landwert ganz sicher nach oben also die umwelt ist ich weiß nicht keine ahnung die umwelt geht bei mir sie bleibt schon immer da unten ich kann doch nicht viel ändern was soll ich denn da ändern das wollte ich jetzt mal testen also ich speier mal schnell ich wollte kurz testen was passiert wenn ich ich wollte erstmal gucken nein okay das ist noch nicht wieder verfügbar an schulen schon wieder genau fluchtwagen flucht mit der beute ja okay das ist dann nicht weiter schwer diese schule Anzahl der Schüler Gut, dann drehen wir sie natürlich hoch Das war ja auch der Sinn dahinter Dass wir die klein lassen und dann höher setzen Wenn der Bedarf natürlich höher ist Ihr habt doch da oben Was wollt ihr von mir? Ihr wollt Gewerbe Was macht denn eigentlich die Luftverschmutzung? Die ist immer noch extrem die absolute Hölle Oh je Dann machen wir hier mal ein niedriges Eine niedrige Autobahn Oh Okay Cool Wusste ich gar nicht Habe ich hier einen Fehler gemacht? Habe ich einen Fehler gemacht? Das machen wir so 1, 2, 3 1, 2, 3 Das bauen wir wieder weg 1, 2, 3 Das heißt auch wieder hier Und dann geht's Hier entlang 1, 2, 3 1, 2, 3 Und hier die Straße Jetzt machen wir die wieder weg Wir erweitern unsere Stadt nochmal So sieht das aus mit dem Motor So Na gut das Wasser ist natürlich noch nicht bis da hinten Mittleres Niedriges Niedriges Okay Also schwaches 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 Okay Warte, warte, warte Ich kriege gleich hier Die Anbindung Schwaches, Schwaches Durchschnittliches, Durchschnittliches Äh so Ja Und schwaches Wohn Äh, äh, äh Schwaches Wohngebiet Perfekt Oh mittleres Wohngebiet Wollt ihr auch Okay Genau das Zu durchschnittlich Und hier Wollen wir nur Schwaches rein Dann machen wir hier eine erhöhte Gebiet ungeeignet Warum ist das jetzt ungeeignet dafür Erhöhte Direktor Zu kotzen Erhöhte Hä? Erhöhte Ja Was Es will nicht so wie ich will Da wird das abgerissen Aber warum Aber warum Ich kann doch bestimmt jetzt hier Ich kann nicht in ein Nutrikes übergehen Wieso geht denn das nicht? Das geht Aber ich kann nicht in der Diagonalen Oh Alter das ist erhöht Krass, dass das nicht geht Das hat mir alles wieder Geld gekostet Erhöhte Erhöhte Autobahn So Will nicht Okay Dann gehst du über den Tief Ja Sehr schön Da ist es geht Es geht Es geht Ja Endlich Wuhu Ihr möchtet Das ist die Frage Was ist das? Das ist durchschnittliches Und dann kriegt ihr Von mir Hier noch starkes rein Sehr schön Das ist wieder alles voll da unten fasst Es gibt sie nicht Kann ja nicht sein Kann ja nicht sein Nein Was passiert jetzt? Mal so blöd gefragt Ah Krass. Ja, wir brauchen die Erhöhung überall nochmal, um 5%. Gewerbelast machen. Aber man kann halt seine Einnahmen auch nicht irgendwie erhöhen. Was ist das eigentlich? Löschflugzeugeinsatz. Geh zur Katastrophe. Ah, ich kann die da hinschicken. Oh. Ja, dann flieg hier mal drüber. Fliegt der jetzt da drüber und macht die nass, oder wie? Hier ist das Sprühflugzeug. Zombie-Staub verteilen, jawohl. Das wollen wir jetzt. Huch. Huch. Ich bin zu niedrig. Halt, was weiß ich denn? Ich hätte nur noch 20 Sekunden. Sag mal. Neun Sekunden. Oh, oh, oh. Oh, das wird ganz... Nein, das ist nicht dein Ernst. Nein. Nee, jetzt echt. Ja. Verteil mal. Ich bin zu niedrig. Jetzt, jetzt haben wir eine ordentliche Höhe. Also, wir fliegen jetzt mal direkt da in diese Richtung. So, hier unten ist das Flugzeugsymbol. Reicht das nicht? Da müssen wir nochmal drüber fliegen. Jetzt hat er nur die Zweiter mitgenommen, ey. Komm, wir fliegen jetzt immer eine große Runde. Weil Zeit haben wir genug. Wir müssen alle Felder abdecken. Oh, nein. Ich bin vorbeigeflogen. Okay, schnell, 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 schnell. Nimm das mit. Oh, Gott sei Dank. Was ist unüberwindbar. Ja, wo arbeitest du? Wieso wohnst du auch da? Tja, dann schaff halt hier. Das ist doch voll machbar. Hier kriegst du eine riesen Limo. Mikrofon, klicke auf einen beliebigen Sinn, um herauszufinden, was er über die örtlichen Lebensmittel... Okay, was denken ihr hier hinten? Halt. Hallo, Sim? Hallo? Wieso verpisst ihr euch alle? Was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Oh. Ja, gut. Ist ja nicht so, als ob ich da gerade was angelegt hätte. Ja, ihr möchtet halt, ihr möchtet Schwaches. Okay, dann kriegt ihr hier nochmal Schwaches. Es ist ja nicht so, als ob ich das ja gerade angelegt hätte. Ich sag mal nichts. So, wir machen 2000 im Jahr plus. Ja, aber auch diese Folge nimmt auch mal ein Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Was macht denn das Flugzeug da hinten? Fuck. Ja, ich würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.